Sue Dusch, Pepe, Happy Birthday, Raoul Rajput, Happy Birthday, Hazel Koudaska, Happy Birthday, Freyagil, Anzari, Happy Birthday, Shahan Ali, Happy Birthday, MD, Shaquille Khan, Happy Birthday, Daniel Kanain, Happy Birthday, Josef, Antonius, Rajagukuk. Und ich bin mal wieder Kreativ Modus. Viel Spaß! Okay, wir sind hier bei Evolution, Evolution, Poincrat. 4 gegen 4, eine Runde. Ich glaube, das ist, ja, okay, das ist, glaube ich, 4 gegen 4, ja. Aber, mal schauen. Ja, 4 gegen 4. Aber wir sind nur 2. Hm. Ach, hinter mir war auch einer. Also, wir sind hier. also 2 gegen 4 ist schon ein bisschen hart ja wenn wir gut spielen muss das ja eigentlich machbar sein ja 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 Ui, war das alles kräftig? In the head! Und den Schrausflinte! Nein! Ach! Der erste Gegend daneben! Dahinten steht einer. Oh! Oh! Waaah! Oeh, rein! Wah! Nei nei nei! Nei 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 nei! ein bisschen schleichen das sieht gut für uns eigentlich aus ein bisschen schleichen Das war's. Ich wusste, dass es da ist. Ich wollte doch schießen, aber nein! Ich habe eine Schrotflinte. Ich habe eine Schrotflinte. Ach Mensch, jetzt habe ich probiert. Was ist eigentlich los hier? Warum ist das so komisch? Ach, mein Headset ist nicht drin. Ich wundere mich schon, warum das alles so dumpf ist. Ich höre nur ein ganz bisschen. Ah, schon viel besser. Eine Minute. Ist das euch auch schon mal passiert? Headset vergessen anzuschließen? Ah ja. So, jetzt höre ich auch alles. Okay. Was? Verschillende Säuge? Zack. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Sie. Uh. Supi. Gut. Mit richtiges Headset läuft es ein bisschen besser. Gut. Also dann bis gleich zweite Runde. Eins gegen eins. Eins gegen eins. Oh nein. Wirklich eins gegen eins. Wirklich eins gegen eins. Einkaufen. Einkaufen. Okay. Ich kaufe mir eine Max 10. Die ist sehr gut. Habe ich gekauft? Habe ich gekauft? Okay. Stick. Das war's. Okay. Jetzt habe ich nur eine Wand. Ich kann nicht einkaufen. Ah, das andere Spiel sucht sich jetzt die Waffe aus. Mit der R-Taste kann ich wechseln. 2-0. Hm. Ich darf mir wieder was aussuchen. Ach. Knopf schon wieder. Es ist hier sehr viel. Also. Eine. 18. 87. 80. Hä? Der ist durch 8 da hinten. Was heißt er durch die Wand gesprungen? Ja wohl. Runde 3 habe ich auch gewonnen. Hä? Was hört er für eine Waffe aus? Lass es uns sehen. Welche Waffe willst du nehmen? Ja. Ja. Scharfschützengewehr? Ja. Da liegste. So. Oh. Das war schon. Aber die Runde war ein bisschen schnell. Ich würde mal sagen, dann immer noch eine andere Runde. Also dann bis gleich. Schon wieder das gleiche. Solo Tower Vibe up. Naja. Jetzt werde ich bestimmt verlieren. Ah. Kleines Spiel ist auch ausgegangen. Ne. Was für eine Runde ist das? Egal. Kaufen wir einfach. Nehmen wir Konzer. Die haben wir auch noch nicht gehabt. Die haben wir auch noch nicht gehabt. Oh. Okay. Warum ist hier so viel Schnee? Kann ich auch machen. Okay. Und da noch eine rein. Okay. Und da noch eine rein. Er hat ein bisschen zu spät reagiert, würde ich sagen. Jetzt, was nimmt man jetzt? Genau, ne, gibt es gerade nicht. Schade, ich wollte eine Pfanne nehmen. Ah, hier. Da war eine Pistole. Hä? Bainter, loser. ja wohl noch einer ja 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 ok wieder gewonnen ok gut dann würde ich mal sagen das war es für heute ich würde mich freuen wenn auch nichts mehr weiter bis dann viel spaß und auf wiedersehen und und